Dritte Miss Hessen 2012 von der Jury gewählt, hier in der Galerie Neustädter Tor. Und somit die Scherpe aus den Händen von Natalia Brokofenko. Herzlichen Glückwunsch an die Startnummer 3, Sina Martel, Dritte Miss Hessen. Und da gibt's die Gutscheine. Vize bis Hessen 2012 und somit qualifiziert, die Aschanku-Rolle-Wahl nicht für die Wahl zu missführen. Wir katholieren ganz recht herzlich 550 Stimmen, das sind 70 mehr als die drittplatzierten und das ist nicht viel. Herzlichen Glückwunsch an die Kandidatin mit der Startnummer 4, Stefan Eich. Und jetzt kommt die Klaudia mit der Scherpe beziehungsweise die Sarah mit der Scherpe. Und singe ich nach Tränen, das finde ich schön, nicht in deinem Jahr. Um Gottes Willen. Ach, so süß. Geht's? Ansonsten... Du weißt es doch noch, oder? Ich so... Ach so gut. Okay? Hast du reingeguckt? Da die. Okay? Alles klar. Ich übergebe es dir dann. Ist okay. Gut. Der Checker soll das machen, Miss Hessen. Hier ist die Fanfare. Und die Kugel ist noch auf dem Weg. Ich sag, die Kugel ist hier. 760 Kugel für die allmältige Miss Hessen 2012. Und das überlege ich jetzt den Checker. Denn er sagt, wer die neue Miss Hessen ist. Die Startnummer? Meine Damen und Herren. Die Gewinnerin ist Nummero 5. Die Interessante aus Wetzlar ist die MNSS 2012. Sie wird dabei sein. Wenn es heißt Miss Germany 2012 im Europa-Tag. Sie wird dabei sein für unser Bundesland. Die Pressemedia-Vertreter, kommen Sie ruhig nach oben ein Stück, aber nicht zu weit. Danke. Danke. Sie wird für Resten dabei sein, bei der Wahl zu beschlägen. Dankeschön. Danke des BDV. War's gut. Checker hat nach dem BD2. und 3. dazu.